Heute haben wir ein Mesh gegen Austria-Draste und Aarhof. Die sind eine ganz okay Mannschaft. Die sind dort hinten. Ich glaube, wir werden gegen die gewinnen. Wir werden es erst beim Spiel sehen. Ich hoffe, wir machen viele Tore und kassieren keine Tore. Ich wünsche LRC viel Glück. Tschau. LRC gegen Austria-Draste. Wie war es heute wieder? Ja, gegen heute nicht allzu starke Gegner haben wir gespielt, aber trotzdem muss man erst einmal zwölf Tore schießen. Ich glaube, es waren zwölf. Die Leistung war ausgezeichnet. Die Bursche spielen schon wirklich super zusammen. Ich hoffe, dass der eine oder andere in ein paar Jahren schon in die Kampfmannschaft kommt. Und besonders erwähnenswert ist, dass unser Tormann, der in der ersten Halbzeit im Tor stand, der Laurent, in der zweiten Halbzeit sich in die Torschützliste eintragen konnte, einen Elfer verwandelt hat. heute ist in allem ein sehr freiliches Buchminder. LRC! 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 Super gut! Perfect! LRC! Super spiel! LRC! 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 LZ! LRC! 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 FS! Ich bin sehr froh, dass ich andere matchen habe, mit einem großen LAC-Success-Success. Ich bin der Papa von Simon, der hat heute in der Verteidigung gespielt. Sie haben 12 zu 1 gewonnen, trotz dieser extremen Kälte. Sie werden vorne bleiben. Mir hat es sehr gut gefallen, obwohl ich sehr viel gefroren habe, habe ich mich doch oft aufwärmen dürfen, weil ich sehr oft klatschen habe dürfen. Es war ein sehr gutes Match von uns allen. Wir haben uns alle bemüht. Ich meine, der Gegner war ein bisschen nicht so gut, aber trotzdem haben wir alles gegeben. Wir sind voll in Zweikämpfe gegangen, haben gut kombiniert. Und wenn wir so auch gegen andere Mannschaften spielen würden, würden wir auf jeden Fall auch mehrere Matches höher gewinnen, weil wir sehr gut kombiniert haben. Und Lorenzo ein Tor war sehr schön. Zwei und Elfer war sehr schön geschossen, sehr ruhig. Und ja, gutes Match. Wir haben eine gute Spiel. Wir haben eine gute Spiel. Wir haben einen großen Spiel, wir haben ein paar Momenten gemacht, und wir haben eine gute Spiel. Aber wir haben eine gute Spiel, wir haben eine gute Spiel. Aber wir haben sehr gut gemacht und es hat alles gut gemacht. Gewonnen ist gewonnen, aber ein schwaches Spiel ist ein bisschen, aber egal. Wir haben heute gegen Aufs 13 gespielt und 12-1 gewonnen. Wir haben sehr stark gespielt in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit gab es nochmal die Ansprache in der Pause. Wir haben die Ziele erfüllt, die wir aufbekommen haben. Im Endeffekt haben wir 12-1 gewonnen. Wir haben sehr stark unseren Klub repräsentiert. Ich soll sagen, ein starkes Spiel. Ich bin stolz auf mich, dass ich ein Tor gemacht habe. Ich bin auch stolz auf unsere Teamleistung, weil wir haben sehr gut gespielt. Die Gegner hatten so gut wie keine Chance. Und wir freuten mich sehr hoch zu gewinnen. Wir haben das Spiel zu Ende. Ich habe mein allererstes Meisterschaftsspiel-Tor gemacht. Es war ein Lefmeter, aber schon ein kranker Schuss. Und wir haben sehr viel Tor gemacht und gewonnen. 12-1! Fünf Abseits-Tore oder so. Ja, also. Es ist 12-1 ausgegangen. Und ich habe gewettet, dass Leroy das zwölfte Tor schießt. Und was habt ihr gesehen? Leroy hat das zwölfte Tor geschossen. Hallo. Wie fandest du das Spiel? Es war sehr kalt draußen. Aber drinnen ist es sehr heiß hergegangen. Ich habe sehr oft Anschluss machen müssen. So oft macht es nicht oft. Aber es war ein super Erfolg. Hat mir sehr gut gefallen. Wie hast du heute gespielt? Ich habe es meiner Meinung nach sehr hoch gespielt. Warst du zufrieden? Ich war sehr zufrieden mit mir. Ich bin in die Zweikämpfe reingegangen. Und ja, ich habe sehr lange gemacht. Gut, weiter trainieren und weiter vorne bleiben. Wissenator? Genau. Spannend nach Bonn? Spannend nach. Der Himmel ist negativ. Der Himmel ist neunig. Er ist 23,19 Jahre. Die meisten seiner Mutter kommen nicht im Klang. Kölnzeit, Donnell. Applaus 1 zu 0 1 zu 0 für Elaté gegen 6h Aus 3.13 2.14 4.19 Nummer 11 Nummer 11 hat der nicht schönste Nummer 11 Nummer 11 Nummer 12 Nummer 11 Nummer 12 Nummer 12 Tunnels. Um die Fall zu kaufen, da braucht er kein Fahrer, denn er ist selbst ja der Star auf dem Cover. WM singt mit 19, das ist viel zu krass, man etwas, was Wunder nur noch nicht mal geschafft hat. Einen Gewinn gibt's nicht ohne des Kampfes. Mbappé, ein Idol seines Landes. Er wird der Star sein bei dieser WM und es wird dann schon wieder um Titel gekämpft. Mbappé ist einfach schnell, weil ihn keiner hält. Er ist einer der besten Fußballer auf der Welt, unbesiegbar in FIFA. Sein Erfolg kennt wohl kein Ende, der Himmel ist nur die Grenze. Weltmeister mit 19 Jahren, die meisten seinem Alter kommen nicht mal klar. Kindheit dunkel wie ein Keller, jetzt strahlt sein Licht immer heller. Neymar kann wohl besser zualler zuerst gehen, aber Mbappé ist einfach schneller, schneller, schneller. Werden sie gehen! Oh, ja, ja! Mbappé ist einfach schneller, schneller, schneller. Mbappé ist einfach schneller, 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 schneller. Mbappé ist einfach schneller, schneller, schneller. Freie Delt. Der Kapitän. Seine Erfolg kennt wohl kein Ende, der Himmel ist nur die Grenze. Weltmeister mit 19 Jahren, die meisten sein im Alter kommen nicht mal klar Can't die, don't kill wie ein Keller, jetzt streit sein Licht immer heller Neymar kann wohl ein bester Skill, ja, aber MAP ist einfach schneller, schneller, schneller Hey, 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 MAP ist einfach schneller, schneller, schneller Hey, 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 MAP ist einfach schneller, schneller, schneller Hey, 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 MAP ist einfach schneller, 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 schneller Hey, 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 MAP ist einfach schnell, weil ihn keiner hält Er ist einer der besten Fußballer auf der Welt Unaufhaltsam, nur nice, kalt, ja Er ist hundertmal schneller als Hummels, Speedtag, man kann der Kinder schummeln Ohne Fußball wär sein Leben dunkel, da freist Licht an dem Ende des Tunnels Um FIFA zu kaufen, da braucht er kein Para, denn er ist selbst ja der Star auf dem Cover WM siegt mit 19, das ist viel zu krass, man etwas, was Ronaldo noch nicht mal geschafft hat Einen Gewinn gibt's nicht ohne des Kampfes MAP wie ein Idol seines Landes, er wird der Star sein bei dieser WM Und es wird dann schon wieder um Titel gekämpft MAP ist einfach schnell, weil ihn keiner hält Er ist einer der besten Fußballer auf der Welt Unbesiegbar, etwa David Sein Erfolg kennt wohl kein Ende Der Himmel ist nur die Grenze Weltmeister mit 19 Jahren Die meisten seiner Malte kommen nicht mehr klar Kindheit dunkel wie ein Keller Jetzt streit sein Licht immer heller Nehmer kann wohl ein besseres Geld Ja, aber MAP ist einfach schneller Schneller, schneller, hey, hey, hey MAP ist einfach schneller, 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 hey, hey, hey MAP ist einfach schneller, 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 hey, hey MAP ist einfach schneller, 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 hey, hey MAP ist einfach schneller, schneller, hey, hey, hey Sein Erfolg kennt wohl kein Ende Der Himmel ist nur die Grenze Weltmeister mit 19 Jahren Die meisten seiner Malte kommen nicht mehr klar Kindheit dunkel wie ein Keller Nummer 11 Kinder Jetzt streit sein Licht immer heller Nehmer kann wohl ein besseres Geld Ja, aber MAP ist einfach schneller, 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 äh, hey, hey MAP ist einfach schneller, 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 nech, hey, hey Der Mopi ist einfach schneller, 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 bravo. Der Mopi ist einfach schnell, weil keiner hält. Er ist einer der besten Fußballer auf der Welt. Und auf mal ist es so ein Eis kalt, ja. Fürlässig. Er ist hundertmal schneller als Hummels. Speedtag, man kann denken, er schummelt. Ohne Fußball wäre sein Leben dunkel. Er preist nicht an den Händen des Tunnels. Wenn ich auf jeden Fall kauf, dann braucht er keinen Fahrer. Denn er ist selbst ja der Star auf dem Cover. WM-Sieg mit 19, das ist viel zu krass, man. Etwas, was Ronaldo noch nicht mal geschafft hat. Nein, ein Gewinn gibt's nicht ohne des Kampfes. Der Mopi ist ein Idol seines Landes. Der Mopi wird erst da sein bei dieser WM. Es wird dann schon wieder hoch. Der Mopi ist einfach schnell, weil keiner hält. Er ist einer der besten Fußballer auf der Welt. Unbesiegbar. Der Mopi war. Sein Erfolg kennt wohl kein Ende. Der Himmel ist nur die Grenze. Weltmeister mit 19 Jahren. Die meisten Zeit im Alter kommen nicht mal klar. Kindheit dunkel wie ein Keller. Jetzt strahlt sein Licht immer heller. Neymar kann wohl besser skillen. Ja, aber M.A.P ist einfach schneller, schneller, schneller. Hey, hey, hey. M.A.P ist einfach schneller, schneller, schneller. Hey, hey, hey. M.A.P ist einfach schneller, schneller, schneller. Hey, hey, hey. M.A.P ist einfach schneller, schneller, schneller. Sein Erfolg kennt wohl kein Ende. Der Himmel ist nur die Grenze. Weltmeister mit 19 Jahren Die meisten sein im Alter kommen nicht mehr klar Kette ist dunkel wie ein Keller Jetzt streit sein Licht immer heller Neymar kann wohl besser es geben Ja, aber MAP ist einfach schneller Schneller, schneller Hey, hey, hey MAP ist einfach schneller Schneller, schneller Hey, hey, hey MAP ist einfach schneller Schneller, schneller Hey, hey, hey MAP ist einfach schneller MAP ist einfach schnell Weil ihn keiner hält Er ist einer der besten Fußballer auf der Welt Oh, lauf heilsam Oh, lauf heilskalt, ja Er ist hundertmal schneller Als Hummels V-Tech mag an der Kinder schummelt Ohne Fußball wäre sein Leben dunkel Doch da ist Licht an dem Ende des Tunnels Um FIFA zu kaufen Da braucht er keinen Fahrer Denn er ist selbst alles auf dem Fahrer MAP im Sieg mit 19 Das ist nicht so krass Weil etwas was Rolando noch nicht mal geschafft hat Einen Gewinn gibt es nicht ohne des Kampfes MAP wie ein Idol seines Landes Er wird der Star sein bei dieser WM Und es wird dann schon wiederum Tito gekämpft MAP ist einfach... Thema, ich weiß nicht Da kannst du nicht sagen... Das sind nur datasetndl Wer kommt sonst Thema, das sind auchiken Geh mal, gemeh... Ttra... Tif, t finer, tipper... Tik, t shap Hat dich so krass Tение, tib cert T security, kicket nano, tic tix Tgoi die kkumze Tee, tic 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 Noch ein Spiel drinnen. 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 Noch ein Spiel drinnen.